Hallo zusammen, seid schön gegrüßt und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mal wieder Post bekommen von einem von euch und zwar, eher gesagt, mal wieder und zwar vom Wolfgang war jetzt dieses Ding hier in meinem Briefkasten. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht mehr wie der erste Wolfgang mit Nachname hieß, der hier heißt auch Wolfgang und ich behaupte mal, dass es einfach der gleiche Wolfgang ist. Ich denke schon, zumindest wenn ich den Inhalt sehe und ich glaube, ich weiß, was es sein könnte, dann ist es bestimmt der gleiche Wolfgang. Der erste Wolfgang, der vermutlich der gleiche ist wie dieser Wolfgang, der hat mir einen Proteinriegel geschickt und geschenkt natürlich auch, der tatsächlich mal was ganz Neues für mich war. Da habe ich mich riesig drüber gefolgt. Ich bin gespannt, ob er mir jetzt hier wieder was geschickt hat, was ich noch nicht kenne. Übrigens sehr cool hier diese Briefmarke mit dem Auto, bitte einmal hier. Das hat direkt schon Sympathiepunkte verdient. Okay, jetzt weiß man, dass dieser Wolfgang aus Bremen kommt, aber ich hoffe, das ist es nicht ganz so schlimm. Mehr weiß man ja nicht. Wer, genau, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und jetzt, ich würde sagen, wir packen jetzt das Ding hier einfach direkt mal auf und ich gucke da mal rein. Und danke Wolfgang für dieses Paket. Ich freue mich da drüber. Vielen Dank. Da ist sogar wieder ein nettes Briefchen bei. Ich schau da mal kurz. Ja, das ist der gleiche. Es ist der gleiche Wolfgang. Ich weiß ja nicht, ob ich sowas vorlesen darf, deswegen lese ich das jetzt ja einfach mal. Genau, ich schreibe gerade sogar PS, du hast schon mal einen Riegel von mir bekommen. Da habe ich mich dran erinnert, Wolfgang. Den Ultrasport, genau. Und er erzählte mir jetzt hier, dass er manchmal unterwegs ist in Groningen und dort hat er zwei Proteinriegel entdeckt, die er noch nicht auf meinem Kanal gesehen hat. Und das könnte ja jetzt bedeuten, dass du tatsächlich schon alle meine Proteinriegel-Videos kennst. Ähm, okay, sehr cool. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was ich hier drin finde und ob ich viel Freude mit dem geilen Scheiß habe. Also ich bin sehr gespannt. Dankeschön, Wolfgang. Schauen wir hier als erstes rein. Noch mal eingepackt. Oh, was gibt's denn bei Saturn ? Und zwar haben wir einmal Woman's Best. Den kenne ich tatsächlich nicht. Proteinbar, 34% Protein, Strawberry Crunch Flavor. Sehr geil. Ist ja auch irgendwas, was deutsch drauf. Woman's Best. Enjoy the difference. Strawberry Crunch Low Sugar High Fiber. Ich glaube, da können wir mit den beiden Riegeln doch vielleicht mal ein kleines Video nochmal zumachen. Dann gibt es hier den hier noch. Ach, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Wolfgang. Die wollte ich mir selber schon mal gekauft haben, weil man kennt ja so viele von diesen Atkins-Produkten, Atkins-Diäten und diese ganzen Atkins Low Sugar Sachen. Ich wollte mir die selber schon mal kaufen, aber die gab es nur als Zwölfer-Paket, wo ich sie gesehen hatte und das habe ich dann auch nicht eingesehen. Ein Atkins Fudge-Karamel, ja, ich sag mal Proteinriegel. Auch Low Sugar und so weiter. Und, ja, geil. Vor allem viel Fett für so ein Proteinriegel. Der ist bestimmt saulecker. Zu diesen beiden Riegeln werde ich ein Video machen. Atkins Fudge-Karamel und Woman's Best Strawberry Crunch. Wolfgang, vielen, vielen Dank. Die gibt es tatsächlich noch nicht auf meinem Kanal. Auch von der Marken habe ich noch nichts gehabt. Da freue ich mich riesig drüber und bedanke mich bei dir nochmal und bedanke mich auch nochmals bei allen Leuten, die mir bisher schon was geschickt haben. Ich freue mich wirklich immer riesig, darüber. Es macht mir immer eine Riesenfreude und, ja, einfach nur toll. Danke an euch und auch danke dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video und ich schicke schöne Grüße an euch und zweimal schöne Grüße an den Wolfgang und ziehe meinen Hut. Macht's gut, bis bald und tschüss.